einen schönen guten tag und willkommen zurück zu star wars battlefront so dann mache ich da weiter wo ich letztens aufgehört habe mit der klonkrieg kampagne und die schlacht von geonosis dann würde ich mal sagen attacke die separatisten die oberfläche verlassen wir müssen alle feuerkraft auf die technologien schiffe konzentriere den rest deiner einheiten zur großen turmspitze schicke so die separatisten armee formiert sich auf der genosis vernichten sie sie bevor sie entkommen können okay zerstören sie die schiffe der techno union und verhindern sie dass die separisten entkommen und meister window steht ihnen in dieser schlacht zur seite die jedi habe amasset eine große armee das ist nicht möglich wie kann die jedi kommen mit einem armee so schnell wir müssen alle droiden in die battle da sind zu viele wir müssen So, diesmal bin ich auf der Seite der Klonkrieger. So, jetzt kommt halt die Frage. Oh, ich nehme wohl ein ATE. Und was nehme ich da als Klasse? Also, glaube ich, nehme da den Standardsoldaten. Auf der Windu hat das Schlachtfeld betreten. Zerstören Sie die Techno-Union-Schiffe! So. Okay, da ist ein, äh, das ist eins, äh, von den, äh, Handelsförderationen, so ein, ja, ich weiß nicht, äh, wie man das sehen soll. Äh, so ein Raketen-Panzer. Läufer? Ganz so lange, Läufer, das ist ganz seltsam. Ganz so lange, Läufer, das ist ganz seltsam. So, eigentlich könnte ich da den Spawn-Pod übernehmen, aber ich möchte ja... Genau, die Landungsschiffe... ...technique Landschiffe... ...und die Landungsschiffe... ...und die Landungsschiffe... ...kontraktiven muss werden... Superkampfproide, Panzerkampfproide. Zerstören Sie die Techno-Union-Schiffe. So, der Rest, ich glaube, jetzt ist es nur eine alles-Borm-Sache. So, das heißt, jetzt haben die nur zwei Kontrollpunkte über. Oh, das ist hier. Trotzdem haben die noch viele Tickets. Oh, Kommando-Posten verloren, okay, das ist nicht gut. Den muss ich gleich wieder holen. Okay, zerstört. Oh, ich glaube, ich habe einen Schuss gemacht. So, ich würde sagen, hier steige ich mal aus und ich werde mal den Kommando-Posten übernehmen. So? 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 Ja, da merkt man, wenn ich alleine hier den Kommando-Punkt übernehme, ist es ein bisschen dauert. So? Wir haben einen Kommando-Posten eingenommen, deren Verstärkung erleidet Verluste. Äh, wird gesichert. Wir haben die Turmspitze eingenommen. So? Weg mit dir? Wacht, das sind die Patroide. Wacht, das sind die Patroide. Wacht, ich warte? Oh, das ist er. Oh, das ist er. Ja. Oh, das ist er. Oh, das ist er. Oh, das ist er. Oh, das ist er. hat er mich doch mal erwischt und wo steig ich am besten ein so viele so zack nicht ganz da ist noch einer das sind super droide okay okay ach verdammt da hat man mich erwischt gut die tomstift spitze ach da waren drüge drüge Mal Glück gehabt. Okay, so ein Kampfdroide. Ah, jetzt spawnen die alle hier unten. Okay, äh... Na, hier. Na, muss ich erst mal hier hin? Okay, von Tickets her, das ist so... Ja, ich würde sagen, äh... Ja, man kann sagen, fast eine 3-2-1 zu überlegen halt. Tickets technisch bin ich momentan... ...versichert. Na, kriege ich überhaupt... Ah, darf ich? Jawohl. Ah, übernehme ich einfach mal... ...das, äh... ...feindliche Gefährt. Ah, klappt mit... So, das Meister Windu... ...dumme Schu... ...äh, okay. Schutzschild hat sich erledigt. Ach, Tickets nur noch. Wir haben die Turmspitze verloren. Oh, okay, das macht nix. Jetzt übernehme ich hier den Kontrollpunkt. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Streitkräfte der Separatisten haben die Turmspitze eingenommen. Ach gut, dann schnell zur Turmspitze. Wir haben einen Kommandoposten verloren. Ja, dass sie echt noch mit so wenig Tickets noch dort ausfügen können. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Okay, ja. Ich nehme den hier. Den, äh, Startpunkt. Das ist nur die Druide, äh, ja, die hat diese Druidikars gelacht da. Okay, die halten auch ziemlich viel aus, dank der Schutzschilde. Ich habe meinen Kommandoposten eingenommen. So. Okay, das ist ein Superkampf-Druide. Jetzt wird uns der letzte Punkt übernommen. Streitkräfte der Separatisten haben die Turmspitze verloren. Wir haben die Turmspitze eingenommen. So, das liegt in, äh, gut 15 Sekunden, oder? Fertig. So, Details, äh, Auszeichnungen. Okay, ich bin Staatsfeind, Überlebenskünstler. Oh, sogar Abschlussorgen. Okay. So. Zack. Oh, äh, okay. Genosses-Aufnahme. Glückwunsch. Sie haben ein neues Objekt freigeschaltet. Objekte wie diesen können Sie jede Zeit unter Optionen Extras einzeln. Ja, okay. Das sind wahrscheinlich wieder neue, äh, Aufnahmenbilder. Äh, ja. Spächer? Ich muss sagen, dass es ohne die Klone gewesen wäre, es wäre keine Reise. Reise! Reise, du sagst? Master Obi-Wan. Nicht Reise. 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 The Clone War has. Von Kamino unser Sieg abhängt letztendlich. Verteidigen gegen den Angriff der Separatisten. Sonst verloren unsere Klone sind. So. Da würde ich dann nächstes Mal sagen, geht's zusammen weiter mit Angriff auf Kamino. Ansonsten war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.